und da tun wir wieder sein ich glaube ich mache nach der folge erst mal eine aufnahmepause was die rechtlichen aufnahmen morgen es wird mir gerade echt zu warm all das wieder ja folge 13 wo wir gleich von anfang an mit dem von von einem wevernett geschossen werden ich meine es gibt ja auch nichts normaleres auf der welt arschloch oh wir müssen gleich nach links oh mein gott alter verarschen gleich mal speichern gleich mal speichern das wird mir gerade jetzt schon zu chaotisch ja komm mal über her du arsch wo alle da Soll ich mal kurz rausrennen? Einfach mal zu Jaws verfahren? Und wieder zurückrennen. Einfach wollen wir es können. Nein! Wow, zum ersten Mal war es fair. Das Ding hier hat mich gerade blockiert, hat aber gleichzeitig auch den Angriff abgewährt. Und ich dachte schon, das Spiel ist komplett immer gegen uns. Aber, man sieht, ab und zu ist es auch neutral. So, von wo schießt du, Arsch? Da hinten? Ne, du warst das nicht. Von oben aus einer geschossen haben. Okay, also die Map sieht doch etwas übersichtlicher aus, als sie am Anfang wirkte. Ich dachte schon, wenn ihr direkt von allen Seiten konfrontiert mit der brutalen Realität. Aber es hält sich in Grenzen. Aber dennoch warte ich einfach auf den Moment, wo hier wieder überall Monster rein teleportiert werden. Das sind nur 20 Gegner. Das geht ja noch. Die Frage ist halt, wo sind die alle? Okay. Wir wissen schon mal, wo der Gäbe Skulp ist. Lass uns schon mal anfangen. Wir müssen auf der anderen Seite nochmal. Okay. oh nein wo ist er, wo ist der Rot denn, der ist besser oh Glück gehabt, er ist weg oh alter okay, kann ich noch nicht raus okay wow, wir haben ein Fünftel aller Gegner befiegt, yay jetzt fühle ich mich stark hallo wow 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 oh nani nein what the fuck, nicht überspringen das ist schon wieder so ein schönes Ding so die Frage ist, wo muss man hin Alter Fuck Klar, liebe Herrspinne, schieß jetzt mal schon gegen Pfosten Du Vollpfosten Ah Hä? Okay, das ist der Schale, das ist der Schale. Oh so. Okay. Das merke ich selber nicht, oder? Nee, das merkt man nicht hoch. Also, normalerweise natürlich, klar, wir kommen da natürlich hoch, aber... Was? Oh nein. Oh my god. Oh my good god. Hu, ha. Okay. Ist das Säure? Tut zumindest nicht weh. Aber ich kann auch nicht mal raus. Also wahrscheinlich eine Falle. Wie komme ich denn darauf, dass das eine Falle sein könnte? Überhaupt nicht. Nein, das sind nur Revenants. Die wollen nur spielen. Alter. Mal bitte verarschen. Ja. Nein. Nein. Ich gucke mal bitte Ruhe. Ja. Oh, alter. Ja. 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 Okay, jetzt bin ich hier oben. Ich gehe nochmal zurück, ob ich irgendwas übersehen habe. Weil ich ja jetzt hier mich beeilt habe beim Langfliegen, weil er die Wirkung nicht allzu lange hält. Okay, kommen wir also nicht zurück. Na gut, dann lassen wir das auch an der Stelle. Dann springen wir hier einfach mal so kurz runter. Oh, hart. Oh mein Gott. Diese Geräusche machen mir gerade ein bisschen Angst. So, wo ist hier jetzt dieser eine Imp? Ich höre noch einen Imp. Da hinten. Oh, secret. Leider haben wir schon bereits 100% Leben. Achso, hier kommen wir nicht mehr durch. What the fuck? Wow. Ah, okay. Also hier kommen wir wieder hin. Sehr schön. Ups. Da gucken wir nämlich mal, ob es hier noch einen anderen Teleporter gibt. Äh, nein, gibt es nicht. Und ansonsten gibt es hier aber auch sonst gar nichts. Nö. Das war schon. Ja gut, dann gibt es hier was hier. Gut, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Ja, das war dumm. Danke. Die Wörtchen. Ich höre hier welche, aber ich sehe keine. Ähm. Ja. Ich habe es gehört, aber leider zu spät. Also rückwärts rein, luft und dann gleich wieder flüchten. Ja. der rot hat was droppen lassen das ist geil ich dachte das sind plus secrets das heißt also ich muss erst gucken wo ich hin muss ach da hinten da hinten ist was rotes gut dann gucke ich mal bevor ich das hier aufnehme wie ich am schnellsten dahin ach so ich kriege da drinnen schaden okay ich brauche eigentlich nicht komplett reingehen ich brauche nur so reingeht das fitting auslöse ja auch trotzdem schaden bekommen ach legt mich doch gut wie dem auch sein so am schnellsten komme ich wenn ich hier geradeaus laufe dann hier lang dann hier geht es gar nicht weiter ich muss okay ich muss also hier hinten lang und dann hier einmal rumlaufen ah ja ja okay okay von wo ich gekommen bin und dann einmal in die richtung hier oder wie jetzt ach nee hier weiter der ist jetzt gerade ein bisschen zu komplex aber doch muss hier lang denn hier durch und dann müsste ich jetzt hier genau davor stehen jawohl okay hast du meine idee dann tun wir das ein bisschen auch mal das ist doch mal nicht ein vollidiot hier aha Mann gegen Mann ne weißt du schon kannst du mal stehen du Feigling guckst du denn da bist ja wo bist du denn jetzt oh alter das ist aber ne geile Falle also das tut mir natürlich weh in dem Sinne vielleicht gerne falsches Wort aber das ist auf jeden Fall unterhaltsam oh noch ein Falter hat er was gemacht aha hoch komme ich nicht mehr ne ne sieht nicht so aus mal gucken wo das hier hinführt wo bin ich ah ok aber hier ist nichts kann ich da rüber ja kann ich aber hier ist nichts ob das hier wieder ne Falle ist ne hat sich nichts rein supportiert ok was hat uns das denn jetzt gebracht außer Schmerzen ach jetzt kann ich hier wieder hin ah ok ok jetzt bin ich wieder hier kann ich jetzt da rüber springen einmal kann ich überhaupt noch was machen kann ich überhaupt noch was machen ne der ist zu weit weg um da hin zu springen sag mal was muss ich denn ah ok der kann unten rein auch die hat aber in 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 Also, Moment mal, wir waren da schon überall, wir waren... Hä, warst du überall? Ah, nicht, da oben waren wir noch nicht. Okay, mal gucken wir, ob wir da oben hinkommen. Das ist nun wieder so ein rotes Fiesch, Alter. Arschloch. Wow, der... Als wenn er mich von da aus treffen hätten können. Arschloch. Cheater. Das Auto-Aim? Die hat mich noch mal gesagt. Ah, komm wo denn? Digga, warum sind wir jetzt hier? Boah, kaffe. Noch einer? Dahinten ist nur einer. Ja. 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 Hey, Hardcore und so. Okay, das ist das Ziel. Geht aber noch gar nicht hin. Vor allem nicht, nachdem wir so viel Leben verloren haben. Ist das irgendwo eine Rüstung oder so, wenn man ganz lieb? Jawoll. Aber bloß zu 75. Ist ja natürlich jetzt nicht so viel. Ach, da ist auch noch eine. Und irgendwo in diesem Sumpfgebiet, worum das jetzt nochmal war, war ja auch noch eine. Was ist denn das hier? Ach, na, schauen wir mal einer an. Gut, das lassen wir erstmal. Gehen wir erstmal. Aber wie geil, wenn sich sowas einfach komplett mit Wasser füllt. Ist schon ein geiler Effekt. Kann man, kann man, ja doch, kann man schon so sagen. Kann man. Ist schon cool. Ich bin dann genau auf der falschen Seite. Und ich muss auf die Seite. Ach so, wow. So, jetzt muss ich da lang. Genau, hier ist der Sumpf. Und dann müsste hier irgendwo noch das andere Dings da sein. So, da hinten. Da war es doch. Ach siehst du, ich habe sogar schon 200%. Hallol. Ich dachte immer, die füllen Karten mal bis 150 oder sowas auf. Also, dass die gecappt sind. Aber die, ich habe auch bis 200 hoch. Nice. Gut, dann muss ich vielleicht gerade bloß noch herausfinden, wie ich da zum Ziel komme. Einmal so, einmal so. Und da sind wir schon. Ach komm jetzt. Da. So, und hier ist... Da haben wir noch welche Secrets nicht gefunden. Hey doch, wir haben alles bekommen. Okay. Alle Secrets, alle Monster. Sehr schön. Sehr schön. Oha. Da war es jetzt schon wieder direkt ein... Ein, ein Zombie auf uns. Da hinten sind ja auch noch welche. Oh mein Gott. Ja. Das heißt, die nächste Map wird unterhaltsam. 380 Gegner plus. Das ist natürlich ganz schön heftig. Na gut, ich für meinen Teil mache aber trotzdem erstmal eine Pause. Keine Ahnung, ob ich heute nochmal aufnehme oder dann morgen aufnehme. Es ist nämlich einfach ganz schön warm. Ja. Von daher, schauen wir drauf. Von daher, schauen wir drauf.